Hauptwache, Bräuniger. Herr Wachmeister, ich will einen Unfall. Ich will einen Unfall. Sie wollen was? Einen Unfall will ich melden. Was ist passiert? Ich habe gerade einen Saurier überfahren. Was haben Sie? Einen Saurier überfahren. Jawohl. Guter Mann, Saurier sind ausgestorben. Was? Das habe ich nicht gewollt. 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 Das habe ich nicht gewollt.